Ich bin Anita Farke und spreche den Exoda-Blog-Podcast für dich. Technik, Gesellschaft und auch Politik. Balkonkraftwerke – Sicherheitslücken in der Verwaltungsplattform Solarmann entdeckt In jüngster Zeit wurde die Verwaltung der Balkonkraftwerke durch die Plattform Solarmann aufgrund von umfassenden Sicherheitslücken genauer untersucht. Die Gefahren, die durch diese Schwachstellen entstehen, betreffen nicht nur die Nutzer, sondern stellen auch eine potenzielle Bedrohung für die gesamte Infrastruktur dar. Experten warnen vor unzureichenden Schutzmaßnahmen und fordern schnelle Handlungen zur Behebung dieser Problematik. Die Solarmann-Plattform wird von vielen Haushalten genutzt, um ihre Balkonkraftwerke zu verwalten und zu überwachen. Bei der eingehenden Untersuchung wurde festgestellt, dass Kritiker anmerkten, dass die Benutzerdaten unzureichend geschützt sind. Insbesondere verwiesen sie darauf, dass es leicht möglich sei, sich unbefugt Zugriff auf die Konten der Nutzer zu verschaffen. Diese Erkenntnisse werfen ein düsteres Licht auf die Sicherheit der Daten, weshalb Fachleute die Notwendigkeit eines sofortigen Handelns betonen. Eine Untersuchung des Themas durch Sicherheitsexperten zeigte, dass Schwachstellen in der Software des Anbieters bestehen, die Honeypots ausnutzen könnten. Diese digitale Technik wird verwendet, um Angreifer in eine Falle zu locken. Kritiker wiesen darauf hin, dass nicht nur persönliche Daten gefährdet sind, sondern auch die physikalische Sicherheit der angeschlossenen Systeme. Die Möglichkeit, dass ein Angreifer unbeaufsichtigt auf die Systeme zugreifen kann, entsteht durch unzureichende Authentifizierungsprotokolle. Ein weiteres zentrales Anliegen ist die Tatsache, dass trotz der gewachsenen Nutzung von Balkonkraftwerken die Verwaltungen der Plattformen noch nicht ausreichend konsequent gesichert werden. Analysten meinen, dass dies ein weit verbreitetes Problem in der Branche ist, da viele Anbieter noch immer nicht spezielle Sicherheitsupdates implementiert haben. Hier ist der übersetzte Text auf Deutsch. In einer Stellungnahme wurde darauf hingewiesen, dass zur Behebung dieser Sicherheitsprobleme unverzügliche Maßnahmen erforderlich sind. Im Zuge dieser Sachlage haben bereits einige Nutzer begonnen, ihre Bedenken öffentlich zu äußern. Laut Berichten geben sie an, dass sie sich bereits um eine alternative Plattform bemühen, weil sie sich in Bezug auf die Sicherheit nicht mehr wohlfühlen. Ein Hauptargument der Nutzer ist, dass sie nicht nur ihre eigenen Daten schützen möchten, sondern auch eine Gesamtversicherungsforderung der Verbraucherschutzorganisationen unterstützen. Letztere begannen ebenfalls, auf die Missstände aufmerksam zu machen und mahnten an, dass eine Regelung nötig sei. Abschließend bleibt zu sagen, dass die Sicherheit der Balkonkraftwerke eine grundlegend wichtige Thematik ist, die nicht länger ignoriert werden kann. Angesichts der zügigen Entwicklung auf dem Markt ist es entscheidend, dass Anbieter wie Solaman umgehend handeln, um die identifizierten Sicherheitslücken zu schließen. Nur durch enge Zusammenarbeit zwischen Nutzern, Anbietern und Aufsichtsbehörden können potenzielle Bedrohungen in Zukunft vermindert werden. Bis dahin bleibt abzuwarten, welche Schritte unternommen werden, um das Vertrauen der Nutzer zurückzugewinnen und die Sicherheit der Plattform zu gewährleisten. Autor Anita Farke, Donnerstag, 8. August 2024 Danke fürs Zuhören. Denk immer an eine möglichst nette Bewertung, um uns zu unterstützen.